willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem torsten ja und ich bin heute auf dem rathaus 9 auf den chef koch und ihr seht ich habe so ich habe mal wieder ein rathaus 9 max out allerdings also auch natürlich wieder free to play also ihr müsst nicht glauben nur weil der toto auf seinen ganzen vielen accounts hier so viel gems hat könnte er den ein oder anderen auch mal so ein paketchen mitnichten also wirklich alles gesammelt errungenschaften gemacht und so weiter das beste eigentlich rausgeholt eigentlich ist das beste rausholen wenn man dann auch hier alle events spielt das heißt also um die neuen riesen hast du wirklich mache ich das moment nicht greife eigentlich im moment immer ganz gern mit einer truppe an die glaube ich nach wie vor stark meter ist hier nämlich queen walk und la lune part da habe ich mich jetzt ab da vielleicht in den live stream videos gesehen ein bisschen darauf eingeschossen aber ich muss hier tatsächlich noch ein bisschen was machen nämlich es hat jemand im es hat jemand im stream gesehen tut du kannst noch morgen machen ich weiß zwölf morgen können wir noch machen und ich muss dazu auch mal wieder sagen eine mauer habe ich mal wieder nicht gefunden gut dass es den den bauarbeiter hier oben gibt der dann schon sagt ja ist noch eine mauer vergessen ich habe hier und glaube ich das sind jetzt so meine letzten die ich machen muss und dann ballern wir dir jetzt auch mal endlich raus eigentlich finde ich immer ein bisschen traurig wenn ich mal wieder ein dorf zumindest ein radhaus 9 dorf hier max habe und habe die helden dazu noch nicht muss also noch ein bisschen warten die sind jetzt schon 2000 und jetzt fehlen mir hier schon eine hier oben sind die die das sind immer so die letzten bei mir hier dieser kleine winkel hier oben und dann müsste es das eigentlich gewesen sein es müsste eigentlich auch reichen oder müsste eigentlich auch reichen das waren jetzt da oben 16 millionen die da drin waren und jetzt hatte er immer noch immer noch zwei mauren wo sind die denn da oben die ecke auch nicht schlecht okay und dann hat er jetzt immer noch eine also wirklich diese funktion hier die mag ich die hätte ich jetzt nicht gesehen hier hinter dem bogenschützenturm hinter dem bogenschützenturm ist tatsächlich noch eine mauer die wir nicht gesehen haben okay damit haben wir jetzt alle mauern max und wir können noch unsere queen hier updaten okay auf 25 ich habe einen hammer ihr seht dass ich mit fast allen accounts mir einfach immer die hammer voll geholt ich habe aber genug dunkles am start und ich habe auch ein heldenbuch jetzt könnte ich den natürlich noch einziehen aber das den hammer gönne ich der queen eigentlich immer ganz gerne zum 30 geburtstag also zum max out hier für die queen und nachdem die jetzt ja 25 ist ziehe ich jetzt sowieso erstmal den dicken hinterher das heißt also ich mache das immer so in fünfer schritten dass sie immer ihre fähigkeit gleich wieder haben also die nächste fähigkeitssteigerung und die ist hier im moment ja beim king nicht gegeben also müssen wir hier ein bisschen was tun ist aber jetzt auch nicht so super viel ich habe natürlich keine ruhe mehr ich könnte ihn jetzt hämmern den king hämmer ich auch allerdings erst auch dann wenn er 30 wird also irgendwo muss ich die dinger ja ausgeben ich habe jetzt auch schon wieder so ein paar hämmer hier 5,98 medaillen also könnte ich mir wieder ein bisschen was leisten aber es gibt ein nettes paket im shop habe ich heute erst entdeckt das gab es schon mal für rathaus 2 bis 8 war es damals damals waren es 4 oder 5000 gems weiß ich gar nicht genau und aber die 3,49 euro ich hoffe ihr habt euch die gegönnt denn das paket ist ja jetzt leider schon weg also wer sich das paket echt gegönnt hat schreibt mir in die kommentare wie ihr das fandet 4000 juwelen das ist eigentlich ein wert von gut 40 euro würde ich mal fast so sagen wenn ich jetzt hier mal grob reingucke 500 kosten 6 euro also das ist schon echt das ist ein super angebot kann man nicht anders sagen und wer es wer es über hat also die 3,49 euro hat keine gems mehr der hat hoffentlich zu diesem paket gegriffen ich habe es nicht gemacht denn jetzt hier 14.000 stehen zu haben wo der ja noch ein paar tage rathaus 9 hier ist ich glaube das lohnt sich nicht wirklich ich bin ja noch beim klaren deutschland abt habt ihr gerade gesehen und wir sind liga gehalten passt so auch unser gefühl gepasst glaube ich ganz gut was wir so ein rathauser waren wir waren hier oben ja ein elfer und oder zwei drei elfer dann hatten wir ein paar zehner viele neuner unten in dem bereich und ihr werdet ein achter dabei der kam allerdings nicht zum einsatz ich meine ich habe ihn gebeten aber er wollte irgendwo nicht und so sind wir hier ganz stabil dritter geworden passt so kann man nächste saison hier wieder spielen ich freue mich auf euch hier wieder mit den neuen ein bisschen was machen zu können die letzten zeka ist übrigens nach dem video zu einfach war nicht mehr ganz so einfach aber den einen oder anderen haben wir doch noch gewonnen wie viel haben wir eigentlich gewonnen muss man gerade schauen 1 2 3 4 ah doch 5 5 grüne haken zweimal verloren das sieht in jedem fall super aus ich würde sagen ich suche mal einen gegner für meine meter crew hier der ein bisschen zu mir passt also ich brauche wieder ein bisschen ja was braucht man immer man braucht immer dunkles und davon will ich allerdings auch mal gegner haben der viel hat 3 375 oder kurzer cut hat er genug oder nicht die sekunden spielen so dahin und ich glaube er hat genug ich glaube der hat genug für uns der hat genug ich habe auch ich habe ich habe ich habe gar kein max max gift mehr stimmt denn ich bin so ziemlich alleine hier im moment in dem clan beziehungsweise ich habe jetzt meine drei neuner hier noch ich muss ich muss die wieder verteilen die neuner so dass ich jetzt nicht unbedingt alles hier beim klaren herausforderer hin packe glaube ich glaube das ist ganz gut sowieso da kann die queen in jedem fall schon mal reingehen da gibt es ein bisschen mehr beschuss jetzt ich zünde den king mal nicht dass mir die queen da jetzt abhaut die soll dann jetzt doch reingehen und nicht noch weiter rumgehen queenie jawohl dankeschön das hast du sehr gut gemacht ich gucke mal wo jetzt die nächsten mauern wo ich ja hingehen auch die gehen gut die gehen gut und machen mir da auch die machen mir die mauern nicht ganz auf shit 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 die machen mir die mauern nicht ganz auf aber ich denke mal die gegnerische queen sollten wir bekommen und auch die luftabwehren da jetzt geht es erstmal der queen an kragen die beiden luftabwehren die stehen ja perfekt für uns und im moment wie gesagt mache ich diese diese kombi hier fast nur fast nur ich kann jetzt schon meinen meinen luftabwehren los schicken nicht dass ich nicht dass ich hier ein zeitenproblem bekomme und dann haben wir die hier so ein bisschen ja wie sagt man immer das stück rein und ein wenig mit wut unterstützt hier außen da habe ich jetzt meine klanburg ein paar minions hier schon mal und dann haben wir hier noch ich muss hier immer über den flächenschaden die eil zauber bringen sonst wird das hier eine enge kiste queen ist noch zündbar da sind noch ein paar kelly's okay dann verbraucht den gift zauber jetzt glaube ich doch es es ist glaube ich besser wenn ich den verbraucher und ja im moment wie gesagt mache ich mit dieser truppen kombination echt viel in den klar kriegen also ich glaube ich habe fast ausschließlich nur mit der kombi angegriffen vielleicht habe ich mal hocks genommen aber ihr seht mein letzter und platz doch der platz doch noch glück gehabt habe ich die welpen noch in der base könnte ruhig mal nachmachen also wenn in arathos 9 seid und sucht hier nach einer guten strategie neben hockrider oder neben pecker hock oder neben go vibe ist dieses sicherlich mit helden so ich mache das mit meinem kleinen neuner auch also der hat er hatte jetzt mal gerade eine 14er queen dann nehme ich diese truppe hier auch natürlich nicht unter umständen auf seiner max out base hier die hatte jetzt auch keine clan book aber ich denke dennoch ist es einfach ist es wirklich mal top und ich will aber trotzdem mal die riesen jetzt nachmachen ich habe ein gift den wollte ich eigentlich dem toto spenden den hat eben schon gefordert oder eine der tote hat noch gar nicht gefordert wie ist das denn wir sollten der tote noch nicht gefordert 1 2 ach doch der tote hatte doch eben schon gefordert wieso hatten der der tote hat noch ein gift ja okay der tote hat noch einen gift zauber dann mache ich den mal ja leider muss ich ihn weg machen ein bisschen schade dann mache ich den mal weg hier kommt der eil rein und dann bauen wir fix mal eine armee würde ich sagen für die riesen da unten habe ich natürlich meine funny farm army aber ich kann ruhig ein bisschen was raushauen und mal wieder ruhig ein bisschen trainieren ich glaube man hat das immer so gemacht hier 1 2 3 4 heiler man hat zwölf hochs glaube ich genommen das mal gerade checken zwei von denen dann haben wir noch magier oder hat man 14 hochs genommen weiß ich gar nicht ich glaube ich nehme mal etwas mehr magier mit wir nehmen keine mauerbrecher mit oder so die magier waren immer ein bisschen viel ich glaube wir hatten immer ein hoch hier noch dann nehmen wir glaube ich doch noch magier und dann noch ein wenig clean up wir müssen die magier nicht ganz setzen und an zaubern hatten wir immer dabei zwei wut zwei heil ein gift den gift lasse ich mal nochmal weg ich traine die mal eben nach und ja dann mache ich glaube ich mache die mal nach so dass wir mal einen angriff damit haben dann also wie gesagt im moment mache ich mache ich wirklich ausschließlich meine angriffe mit dieser armee hier die rockt einfach kann ich kann ich nicht anders sagen und ja wieder mal max outdoor 4 mauern fertig der king kann noch ein paar level vertragen die queen noch nur kurzer cut dann machen wir mal den riesen angriff jo bevor ich die meute jetzt los lasse hatte ich eigentlich gerade eine ganz gute idee ich kann mich ja mal selber angreifen hier den toto seine base hier ich kenne sie natürlich ich könnte jetzt natürlich vorher gucken wollten der toto die fallen und mauern die fallen und so weiter aber mal sehen wie man diese beschlagen kann ich check mal und mal sehen wie wir hier vorgehen könnten ich habe keine bowler in der klaren burg das ist jetzt ein bisschen hinderlich denn normalerweise nehme ich mit dieser truppen kombi hier bowler in die klaren burg muss jetzt mal gucken da hinten mal schon mal die bauhütte weg dass ich die nicht vergesse und außen müssen jetzt meine kommt macht das lager da mal weg dann aber meine ich glaube meine meine riesen gehen denn doch er die riesen haben jetzt ein blödes passing ist aber nicht so schlimm wir nehmen die hier mal rein natürlich gehen die erst mal auf verteidigung ich habe jetzt vier magier dabei oh da ist schon so ein bisschen so ein bisschen was was uns wehtun könnte aber der king dort zieht jetzt hoffentlich meine meine helden hier rein dass die jetzt ein bisschen reingehen auch da ist schon klanburg scheiße 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 da ist schon klanburg die müssen wir giften da ist schon klanburg die müssen wir giften wir haben noch 13 hocks im gepäck und ein paar hocks in 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 der klanburg der king macht das außen da ah toto deine base ist noch nicht ganz so gut aber sie ist gut genug hier um das ganze hier zu machen okay da gehen die jetzt durch der x-bogen ist weg die gehen außen rum jetzt die gehen jetzt außen rum und hier unten tänzelt noch die queen rum ja tolle wurst okay da unten tänzelt die queen die kriege ich jetzt irgendwie nicht habe ich so das gefühl dann gehen wir hier jetzt mal mit unseren hocks rein und unsere queen müssen wir jetzt leider schon zünden nehmen jetzt die restlichen hocks hier hin und da waren schon zwei fette bomben okay dann kommen noch hocks über okay und die queen kümmert sich im moment da hinten um um die riesen die können wir mal ein bisschen giften eigentlich ist gut dass sie sich um die riesen kümmern auch hier außen auch noch mal troll tesla auf drei uhr okay meine queen ist aber noch ganz gut dabei wo können wir hier noch so ein bisschen was reißen da sind noch ein paar hocks ja 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 komischer tot hast du eine komische base hier tot hat echt eine komische base hier da müssen wir noch üben das müssen wir noch üben zwei sterne nur okay jetzt gehen die hog rider nochmal zurück aber da sind auch noch ein paar riesen und meine gegnerisch meine queen macht die das oh nein die schafft die 14er queen nicht schwach echt schwach naja okay ist ja nur spaß hier aber trotzdem so kann man natürlich ganz nett üben ein paar mehr accounts hat hier zwei sterne 79 prozent naja okay ist auch nicht so wirklich meine armee hier ich lasse sie jetzt mal ich lasse sie mal wieder nach draußen glaube ich los ist glaube ich besser man behält mittlerweile ja auch seine clan book hier auch in den friendlies ich glaube das war mal anders und mal sehen das ist auch wieder dieses farm design hier das müssen wir nicht das müssen wir nicht wirklich haben da müssen wir uns wirklich mal ein bisschen was suchen was ein bisschen anspruchsvoller ist naja scheinbar gibt es nichts anspruchsvolleres als diese farm bases hier also jede zweite base die ich hier klicke ist irgendwie so ein ding hier und dann nehmen wir das ding hier mal mit 3000 dunkles die könnten uns gehören wenn wir hier unsere truppen richtig setzen also wir müssen hier wieder funnel mit unseren baby drachen und wir haben jetzt zwölf riesen das ist jetzt also echtzeitkampf hier mal gucken dann nehmen wir die riesen hier schon mal rein die gehen jetzt da auf die mauer auf die kanone die nehmen wir hier in heilung und damit meine helden jetzt auch reingehen müssen hier die lager weg das ist auch gelungen oder die sind immer noch nicht weg die lager okay dann kann der king aber hier ein bisschen helfen queen kann ein bisschen helfen und dann müsste das hier jetzt auch reingehen das sieht ganz gut aus da muss ich jetzt auch noch nichts in wut bringen beziehungsweise eigentlich jetzt die queen ach komm ey geh doch mal rein guck ich könnte immer kotzen wenn die queen irgendwo so außen hingeht jetzt muss ich hier schon mein gift für die gegnerische queen nehmen clanburg scheint er ja nicht zu haben und muss jetzt schon mein king zünden damit hier meine queen überlebt nehme ich jetzt hier hocke ich sie mit rein und gucke mal dass ich hier noch mal die so ein bisschen hier in in wut bekomme deine mitte damit er jetzt schießt der bogenschützenturm da außen oh ich hab ich hab gar nicht alle riesen gesetzt ah ja ja ich hab gar nicht alle riesen gesetzt ich wollte gerade sagen das ist auch nicht schlecht ähm doch das ist schlecht das ist schlecht ich hab gar nicht alle riesen hier gesetzt und hier hinten haben wir noch einen bogie den können wir gleich sicherlich setzen keine skellys mehr hier ah naja okay das ist mal das ist mal ja der hatte jetzt keine clanburg aber dennoch irgendwie komisch hab nicht alle riesen gesetzt jetzt queen hab ich aber überleben lassen beziehungsweise so dass die einfach weiter außen schaden machen kann kann die lager mit clear aber ich hab genug hog rider dabei und der loot passt ja ganz gut ähm aber dennoch jede zweite base ist hier irgendwie diese diese farm base designs ist natürlich leichtes spiel hier und ich mache auch immer in jedem fall mehr dunkles als ich dunkles ausgebe können wir gleich mal checken was das im moment kostet alex ist mir jetzt eh egal ich hab jetzt auch schon wieder so viel in der clanburg das hole ich im moment nicht raus und ähm jetzt gucken wir mal was die kostet hier 757 also ich gewinne in jedem fall immer mehr als dass ich hier raus hole hab jetzt schon wieder ein bisschen was hier in der treasury drin äh ja das ding ist voll hier ein bisschen dunkles aber wir brauchen jetzt erstmal 80.000 oder so was kostet der king jo 80.000 dauert also ein paar tage und ähm dann hoffe ich ich stelle die lager hier jetzt noch nicht raus denn irgendwann kommt ja vielleicht ein update oder so keine ahnung beim rathaus 13 update wissen wir noch nicht ob da überhaupt was für die anderen rathäuser wieder dabei ist nur wieder endcontent sicherlich gibt es die ein oder andere kleinere annehmlichkeit in den rathausstufen ähm 7, 8, 9, 10, 11 oder so also wie gesagt wir wissen es halt noch nicht es ist ja noch nichts raus und hier in den news gab es jetzt auch noch nicht so wirklich viel als das hier oben in den youtube video es immer den hinweis gab 13, 13, 13 ja hurra auch hier sogar in dem text sogar in dem text steckt die 13 drin hier but what can it mean und naja wir lassen uns überraschen ich werde meine prognosen hier nicht ausweiten oder mein wissen hier breittreten denke ich mal das muss ich an der stelle nicht machen wenn euch die folge hier gefallen hat also wieder der nächste account next macht die mauern leute auch wenn ich jetzt für das clanspiel hier nicht mehr genug machen kann 12 von 20 ok da müsste ich vielleicht ein paar in nachtdorf machen aber eigentlich finde ich es immer ein bisschen schade wenn ich die mauern hier auch bei diesen accounts im max habe aber sei es drum wir machen mit dem account schön weiter maxen den hier voll durch ich hoffe das macht ihr auch immer wenn ja dann lass mal am ende einen daumen nach oben da abonnieren nicht vergessen glocke stellen dass ihr kein video mehr von mir verpasst und ich sage bis dahin euer toto kl Кол Captionshu THAN wie Aah ja 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 aha ja ja Bis zum nächsten Mal.